Guten Abend, meine Damen und Herren, hier ist das CDU-Ei- Bitte entschuldigen Sie die kurze Tonstörung, hier ist das zweite deutsche Fernsehen mit dem Abendprogramm. Damals, ja damals, da ging's uns noch gut, so gut, so herrlich gut. Heute, doch heute, da lauert die Brut, die Brut, die rote Brut. In allen Löchern und Ritzen und Spalten sie lauert im Gleichschritt in vielen. Gestalten das Fernsehen, ist längst ihr Sammelbecken im Rundfunk, hocht sie in allen Ecken. In die Zeitungsverlage, das Volk unterjochen, sie sind von den Funktionären bestochen. Die Politik wird von Genossen diktiert, damit im Lande der Terror regiert. Die Milch wird sauer, das Bier wird schal, im Fernsehen spricht der Löwenthal. Den Nazis werden die Augen feucht, der Horror durch die Stuben kreucht. Die Milch wird sauer, das Bier wird schal, im Fernsehen spricht der Löwenthal. Die Milch wird sauer, das Bier wird schal, im Fernsehen spricht der Löwenthal.